Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Quantisana TV. Mein Name ist Michael Segel, aber auch heute bin ich wieder nicht alleine im Studio, sondern ich habe heute wieder einen sehr, sehr spannenden Gast bei mir, und zwar die Susanne Werder von der Drogerie im Telly in Aarau. Guten Abend. Hallo, herzlich willkommen im Studio. Deine Drogerie schreibt sich ja quasi aufs Schild, dass sie sich um die Gesundheit der Menschen kümmert. Aber Susanne, wie genau macht ihr das? Was kann man sich darunter vorstellen? Viele Menschen heute wissen nicht, wie sie zu den Informationen kommen, die sie brauchen, damit sie gesund bleiben, damit sie gesund werden können, und dabei möchten wir ihnen eigentlich helfen. Es sind oft Menschen, die kleinere Befindlichkeitsstörungen haben, Beschwerden haben, wo sie nicht wissen, wie sie damit umgehen können, Dinge, die immer wieder kommen, die immer wieder auftreten, oder halt auch Menschen, die schon länger in Therapien sind, wo sie nicht vorwärtskommen, wo sie nicht zufrieden sind, wo sie vielleicht auch austherapiert sind, und wo die Ärzte nicht mehr so richtig weiter wissen. Und da versuchen wir, diesen Menschen zu helfen. Es sind halt oft kleine Dinge, die wir bewirken, aber es sind auch Dinge, die wirklich die Lebensqualität verbessern können, und die den Weg zu einem gesunden Leben dann auch einfacher machen. Das heißt im Klartext, ihr seid nicht nur eine klassische Drogerie im Sinne von, ich gehe mal hin und hole mir vielleicht meine Nahrungsergänzung ab und gehe wieder, sondern ihr habt euch jetzt quasi zur Aufgabe gemacht, dass ihr quasi den Menschen auch wirklich fachgerecht und professionell betreuen könnt und dass er dort einfach auch gewisse Antworten auch bekommen kann. Habe ich das richtig verstanden? Das ist genauso. Natürlich haben wir auch das ganz klassische Drogeriesortiment. Wir haben ein Schmerzmittel, wenn jemand einfach Kopfschmerzen hat oder Halsschmerzen, wenn jemand ein Halsschmerzmittel will dafür. Wir verkaufen auch Problemlöser im Haushaltsbereich, wir haben Babynahrung. Aber unser Hauptfokus ist ganz klar auf den Naturheilmittelbereich. Wir achten auch darauf, dass wir unsere Ausbildungen wirklich ständig weiter treiben. Ich habe sehr gute Mitarbeiterinnen, die da gut mitmachen, die sich weiterbilden. Und entsprechend heben wir uns so auch von anderen Geschäften ab in dieser Art. Wir haben auch einen Beratungsraum zum Beispiel, wo wir dann Zeit und Ruhe haben, um unsere Beratungen durchzuführen. Wir haben auch Therapien, die wir anbieten, wie zum Beispiel die Bioresonanztherapie oder ich habe eine Fußreflexzonen-Therapeutin auch. Und das sind Dinge, die uns schon etwas abheben von klassischen Drogerien. Da habt ihr absolut ein sehr, sehr breit gefächertes Spektrum, wo ihr auch wirklich sehr viele Menschen abholen könnt. Und ihr seid ja eben auch nicht nur in diesen Bereichen, die du jetzt eben gerade erklärt hast, tätig, sondern ihr seid ja auch eine Quantisana-Gesundheitstankstelle. Das heißt, ihr habt euren Sitz direkt in der Mitte von dem Einkaufszentrum eigentlich. Und da kann man bei euch quasi vorbeigehen, kostenlos das Wasser abholen, sich ein bisschen durch die Schränke wühlen und schauen, ob man etwas gleich mitnehmen möchte und auch am Energy atmen. Das heißt, das ist so euer Angebot, was ihr alles auffahrt. Ganz genau. Also es ist halt so, dass wir, dass die wichtigsten Säulen in unserem Leben und in einem gesunden Leben sowieso ist, dass wir überhaupt eine gute Luft haben zum Atmen. Deshalb ist dann auch die Zusammenarbeit mit Air Energy, mit Quantisana, dass wir gutes Wasser haben, gesundes Wasser haben, das auch etwas bewirken kann im Körper. Und deshalb sind wir eine Gesundheits- und Atem- und Wassertankstelle. Wir haben als Drogerie auch den Vorteil, dass wir natürlich von morgens um neun bis abends um acht geöffnet haben und die Leute dann auch Zugang haben zu diesen Ressourcen. Und eben daneben haben wir natürlich unsere Nahrungsergänzungen, unsere gesunden Ernährungsmittel, Naturheilmittel aller Art, um gesund zu bleiben. Das heißt, dann seid ihr eine von den wenigen Gesundheits-Tankstellen, wo man sich quasi davor nicht per E-Mail anmelden muss, sondern wo man quasi einfach sagen könnte, ah, jetzt habe ich gerade eine halbe Stunde Zeit, vielleicht in der Mittagspause oder vielleicht nach dem Feierabend, um einfach schnell vorbeizugehen und eine halbe Stunde zu atmen. Ganz genau. Super. Ganz genau. Und generell, weil wir gerade vom Vorbeilaufen sprechen und kurz Zeit, welche Art von Menschen kommt denn zu euch und mit welchen Problemchen vielleicht auch und wie könnt ihr denen helfen? Also wir haben eigentlich alle Arten von Menschen. Wir haben sicher in erster Linie Frauen, weil die Frauen sind für die Gesundheit der Familie zuständig. Meistens kommen die Frauen, wenn sie mit dem ersten Kind so zwei-, dreijährig sind, wo nicht mehr der Arzt oder die Hebamme oder die Mütterberatung immer gerade zur Verfügung ist und doch halt kleinere Beschwerden bereits vorhanden sind. Wir haben aber auch immer mehr Männer, weil auch die Männer beginnen, sich mit ihrer Gesundheit auseinanderzusetzen. Natürlich ist auch nicht immer eine Frau zur Verfügung, die dafür sorgt. Und Männer sind sicher eher kritisch oder auch skeptischer gegenüber dem Thema Naturheilmittel. Aber wenn sie dann erfolgreich sind und ihr Problem gelöst haben, sind sie umso dankbarer. Hast du in deinem Team auch einen männlichen Berater? Nein, wir sind nur Frauen. Aber deine Damen können bestimmt auch den Männern und uns weiterhelfen. Genau, also die Männer, die sind gut aufgehoben bei uns. Okay, super. Und welche Ausbildungen habt ihr oder welche Instrumente nutzt ihr? Also was sind so eure Werkzeuge? Einmal vom Wissen her und einmal natürlich auch so von den Hard Facts her. Also unsere Instrumente sind einerseits, dass wir die ganze, eigentlich ganz viele verschiedene Naturheilmittelarten haben. Also wir arbeiten einmal mit Spagyrischen Essenzen, das ist ein ganz grosser Punkt. Da mischen wir für die Leute auch gezielt Mischungen. Da kann man sagen von A bis Z, also von einer Augenentzündung bis hin zu Zahnfleischbeschwerden oder Zahnbeschwerden bei Kindern, können wir auf ganz viele Themen eingehen. Wir arbeiten aber auch mit Schüsselersalzen. Das ist ein grosses Thema, auch da machen wir Mischungen für die Menschen, die zu dem Thema, was sie benötigen. Wir haben Vitalstoffmischungen, die wir anbieten, die wir auch gezielt machen können. Das machen wir aufgrund auch von verschiedenen Analytiksystemen, sei das einer Haarmineralanalyse oder einer DNA-Analyse, wo man die Gentests, also die Gene anschaut. Da will ich kurz unterbrechen. Wie schnell funktioniert so ein Test? Geht das quasi sofort bei euch? Geht das instant? Kann ich das Ergebnis gleich mitnehmen? Oder ist es dann doch so, dass es einfach ein bisschen länger dauert, ins Labor geht? Nein, das ist schon so. Da arbeiten wir mit Laboren zusammen, die gezielt ausgerichtet sind auf diese Arbeit. Und das braucht dann schon bei einer Haarmineralanalyse eine Woche. Bei einem Gentest sind das dann halt schon mal zwei bis drei Wochen, bis wir die Resultate haben. Aber da haben wir auch immer Zeit, die Leute auch vorzubereiten in dieser Zeit und den Termin schon zu machen, damit wir dann genügend Zeit haben und Ruhe haben, um diese Resultate auch zu besprechen. Weil das ist uns wichtig, dass die Leute dann damit auch etwas anfangen können. Absolut. So kann man auch nur, also es ist die einzigste Art und Weise, einen Mehrwert stiften zu können. Ganz genau. Absolut. Und was ist so eure Hausspezialität? Ich habe ein paar Dinge mitgebracht. Wir produzieren sehr vieles auch selber. Er macht tatsächlich auch noch selber diese ganzen Mischungen. Wir haben ein Labor und wir produzieren jetzt im Moment ist zum Beispiel ein Erkältungsschocker, ein ganz wichtiger Artikel, weil einerseits um das Immunsystem zu stärken und aber auch den Käfer wieder vorzujagen. Wir machen Salben in den diversesten Ausrichtungen. Wir haben aber auch zum Beispiel Hustensirup, den wir herstellen. Und wenn halt auch die Leute mit gezielten Problemen kommen, wie zum Beispiel Windpocken bei kleinen Kindern oder eine Frau hat immer wieder Probleme mit ihrer Haut, dann können wir ganz gezielt da auch Emulsionen oder eben auch Mischungen produzieren. Das ist sehr, sehr spannend, weil für mich stellt sich jetzt gerade nur die Frage, was bewegt eine Drogerie dazu in der heutigen Zeit, wo ich mir eigentlich so gut wie alles irgendwie und irgendwo in den verschiedensten Qualitätsstufen besorgen kann. Was bewegt eine Drogerie dazu, dass man wirklich sagt, okay, ich stelle mich quasi selber noch hinter meinen Kessel und mache mir meine Sachen quasi einfach selber. Was hat dich dazu bewegt? Es ist so, dass die Bedürfnisse der Menschen, die werden immer individueller. Und die Menschen sind alle anders. Also keiner ist gleich und keiner braucht genau das Gleiche wie der andere. Und das ist eigentlich unser Credo, dass wir auch darauf eingehen wollen. Und deshalb ist es uns auch so wichtig, dass wir die Ursachen, auch den Ursachen auf den Grund gehen, dass wir herausfinden, was denn eigentlich das Thema ist und nicht einfach nur die Symptome bekämpfen. Und das hat dann auch dazu geführt, dass wir eben halt ganz vieles auch selber produzieren. Mir ist es auch ein Anliegen, wir versuchen das in der Beratung immer hervorzuheben, dass es ist, wie wenn man ein Haus baut. Es ist so, man hat vielleicht eine Situation, man muss aber zuerst mal schauen, ob dann das Haus da überhaupt hält. Man braucht Bausubstanz, damit das überhaupt vorhanden ist. Man muss auch wissen, ob genügend vorhanden ist. Und dann braucht es Arbeiter und es braucht einen Architekten. Und so arbeiten wir eigentlich. Also wir, wenn man das jetzt so vergleicht, haben wir die Analysen, sind dann der Ingenieur, der mal schaut, wie die Situation ist. Die Bausubstand sind zum Beispiel die Vitamine und Mineralstoffe, die Aminosäuren, die Fettsäuren und halt auch die Ernährung. Der Arbeiter ist dann der, der mal schaut, dass die Mauern gebaut werden können und dass die Türen eingehängt werden. Das ist dann zum Beispiel die Spagyrik oder die Pflanzen, die wir zur Verfügung haben. Und der Architekt, das sind zum Beispiel die Schüsselersalze, der sagt dann noch, da muss etwas passieren im Körper und da muss etwas passieren. Und so bekommen wir eine stabile Situation. Das Haus fällt nicht gleich zusammen. Weil wenn wir nur den Arbeiter und den Architekten auf dem Platz haben, dann können wir auch kein Haus bauen. Klar. Es hat mir sehr gut gefallen, auch was du gesagt hast, dass ihr auch Wert darauf legt und dass euer Credo auch ist, dass ihr wirklich auch nicht nur auf der Symptomebene irgendwie vielleicht kurz ein bisschen drüber wischt, sondern dass ihr wirklich quasi schaut, wo der Hund begraben liegt. Und dort wirklich auch gezielt und vor allem individuell und persönlich Lösungsansätze sucht. Das ist wirklich einzigartig, meiner Meinung nach. Also ich persönlich, gut, ich muss auch zugeben, ich war in der Schweiz bis jetzt, glaube ich, einmal in einer Drogerie. Du bist noch ein junger Mann, die haben wir nicht. Richtig. Aber auch in Deutschland, wo man sowas dann doch mal öfters gemacht hat. Ich bin in München groß geworden. Dort kenne ich keine Drogerie, wo ich so einen tollen Service eigentlich haben kann. Aber um auf die eine Frage nochmal zurückzukommen. Und dann, welche Ausbildungen habt ihr denn oder welche Ausbildungen hat denn dein Team in Summe? Wie kriegt man sowas zustande? Ihr müsst ja wahnsinnig gut aufgestellt sein, dass ihr wirklich so ein breites Spektrum eigentlich abdecken könnt. Das ist so. Also wir sind alle Drogistinnen. Ich habe noch meine, man sagt, die Meisterprüfung, meine höhere Fachprüfung gemacht. Ich habe noch eine Drogistin, die diese Ausbildung auch hat. Die ist in einem Teilzeitpensum beschäftigt. Und dann zwei andere Drogistinnen, die in meinem Alter sind, die sich auch über ihr Leben hinweg eigentlich immer mit allem Möglichen weitergebildet haben. Also wir sind ausgebildet in Schüsselersalzen, wir haben Spagyrik-Ausbildungen, wir haben Ernährungsberatungen, wir haben Vitalstoffausbildungen. Und eben jetzt eigentlich das jüngste Kind, wo wir aber schon sehr, sehr viel und lange, also doch ein paar Jahre arbeiten, ist mit der Bioresonanz. Was das ganze Naturheilmittelthema eigentlich wunderbar abschliesst. Und wir ergänzen uns, was halt auch schön ist, wir können eigentlich den ganzen Tag über auch sicherstellen, dass jemand da ist, der Bescheid weiß. Also man kann auch spontan zu uns kommen und man ist sicher, dass jemand da ist. Vielleicht muss man mal zehn Minuten warten, aber man hat die Möglichkeit bei uns eine gute Beratung, eine kompetente Beratung zu bekommen. Die zehn Minuten sollten eigentlich jedem Menschen seiner Gesetze ein bisschen wert sein. Genau. Nochmal kurz, es waren jetzt zwei Begriffe gefallen, die vielleicht nicht 100% klar sind. Und zwar das ist einmal die Spagyrik und einmal die Bioresonanz. Wenn du, liebe Susanne, vielleicht einfach noch ein bisschen erklären könntest, was es genau damit auf sich hat, dass einfach unsere Zuschauer wirklich genau wissen, was sie bei euch bekommen und was sie von euch erwarten können. Genau. Die Spagyrik, das sind Essenzen aus Pflanzen, die speziell aufbereitet werden und die helfen bei Beschwerden, den Körper dazu anzustoßen, damit er seine Selbstheilung aktiviert und zum Beispiel bei einem Husten, wenn man einen Reizhusten hat, natürlich auch den Reiz nimmt. Also einerseits wirken sie auf der körperlichen Ebene als Substanz, aber sie haben auch die Energie, um den Körper anzustoßen, damit er selber wieder arbeitet. Wie stelle ich so etwas her? Also kann ich mir das so vorstellen wie ein Öl? Man sieht das hier, das ist, darf ich das sonst nehmen? Klar, aber natürlich. Das ist eine Flüssigkeit, die wird so produziert, dass man zuerst einen Auszug macht aus der Pflanze, dann werden die Rückstände, die Maische, die wird vergoren, also wie beim Wein, und am Schluss werden die Rückstände, die Substanz, die noch bleibt, die wird bei hohen Temperaturen verbrannt, verascht. Und am Schluss werden alle diese drei Teile wieder zusammengebracht. Und ich sehe, das ist Hausmarke, das heisst dieser ganze Prozess, den du gerade geschildert hast? Den mache ich nicht selber, das kaufe ich ein, da haben wir einen hervorragenden Lieferanten in der Schweiz, der das für uns produziert, und wir mischen dann mit unserem Fachwissen gezielt nachher die Mischungen zusammen. Und was du gerade in der Hand hältst, was genau würde das jetzt zum Beispiel bewirken können? Das ist jetzt ein Stoffwechselspray, der bewirkt die Entgiftung, aktiviert die Verdauungssäfte und hilft, dass wir gesund in den Frühling kommen. Aber ich würde es quasi ganz normal wie ein Mundspray? Genau, den spendet man jetzt so vier, fünf Mal am Tag drei Sprühstöße in den Mund an. Bei Sachen wie zum Beispiel dem Husten kann man auch akut, kann man wirklich dann drei, vier Mal pro Stunde drei Sprühstöße in den Mund geben, damit man da etwas Gas geben kann. Das kommt dann halt auf die Anwendung an, auf die Indikation an, was man damit erreichen will. Sehr interessant, weil das Wort Spargürik habe ich zwar schon ein paar Mal gehört, aber mir wurde es auch noch nicht so schön erklärt wie gerade von dir. Dann gehen wir vielleicht kurz weiter zur Bioresonanz. Die Bioresonanz ist eine Energie-Therapie. Da gibt man Informationen, also es geht auch da darum, eigentlich den Körper wieder in die richtige Schwingung zu bringen, damit die Selbstheilung optimal aktiviert werden kann. Ich merke, dass ihr tatsächlich auch sehr, sehr ganzheitlich behandelt. Das heißt, ihr geht da wirklich auf alle Aspekte ein, eben auch mit Bioresonanz, über Informationen, über natürlich auch die nötigen Mittelchen. Also ihr seid sehr, sehr, sehr vollständig scheinbar. Das ist die Idee von unserer Arbeit, dass wir da wirklich eben das Ganze abrunden. Und eben, wenn ich wieder von unserem Haus spreche, dass es eben auch schön ist, darin zu wohnen, dass der Garten Spaß macht und dass man wieder Freude hat am Leben. Um ganz ehrlich zu sein, also wenn ich jetzt eine Kleinigkeit hätte und ich würde jetzt nicht zwei Stunden von dir weg wohnen, dann würde ich auf jeden Fall erst mal zu euch gehen, bevor ich zum Arzt gehe, glaube ich. Weil ich meine, der Sinn und Zweck ist ja eigentlich, man könnte einfach mal vorbeikommen, sich mal ein bisschen durchchecken lassen. Man kann vielleicht auch schon so beim ersten Gespräch vielleicht ein paar Kleinigkeiten feststellen, vielleicht ein paar Nahrungsergänzungen empfehlen und vielleicht muss ich dann gar nicht mehr zum Arzt gehen. Das heißt, ich könnte eigentlich meinen Einkaufsbummel im Einkaufszentrum einfach wunderbar mit einer gesundheitlichen Prävention bei euch verbinden. Das ist natürlich so, weil wenn man sieht, aus welchen Gründen heute die Leute auf eine Notfallstation oder zum Arzt oder irgendwo hingehen, oft sind das Bagatellsachen, die eigentlich mit wenig Aufwand und wenigen Kosten dann selber gelöst werden können. Natürlich gibt es Dinge, die gehören ganz klar zum Arzt und da machen wir auch die Triage. Also da ist es schon so, dass wir, wenn wir etwas haben, was wir nicht weiterkommen, dass wir dann die Leute zum Arzt stecken. Wir machen auch keine Diagnosen, das ist mir auch wichtig, weil das ist nicht unsere Arbeit, sondern wir versuchen wirklich zu suchen, wo ein Problem entsteht und da dann daran zu arbeiten. Wie das am Schluss heisst, ist für uns gar nicht so wichtig. Absolut. Das ist sehr schön, auch sehr professionell, dass ihr auch ganz klar sagt, okay, bis hierhin und nicht weiter, dort muss jemand Geschultes mit her. Zum Thema jemand Geschultes, irgendjemand Geschultes, habt ihr auch quasi ein Netzwerk von Ärzten, denen ihr euer Vertrauen schenkt, an denen ihr quasi eure Kunden weiterleiten könnt? Also wir haben natürlich die Ärzte in der Umgebung, an die wir weitergeben. Wir arbeiten aber vor allem auch oft mit Therapeuten, weil auch da ist es so, dass unsere Kunden und die Menschen in unserer Umgebung, die zu uns kommen, dass die oft auch nicht wissen, welche Therapie ist dann für sie jetzt die beste. Und da haben wir ein schönes Netzwerk mit Therapeuten. Wir machen jedes Jahr eine Therapeutenwoche, wo wir die Therapeuten einladen, damit sie ihre Disziplin vorstellen können und die Leute sich dann unverbindlich informieren. Und das hat sich sehr gut bewährt. Und das ist für die Therapeuten spannend und das ist auch für die Menschen natürlich interessant, die nicht so genau wissen, was sie wollen und die aber auch nicht jedes Mal gleich eine Stunde buchen möchten bei einem Therapeuten. Eine andere Zusammenarbeit sind Organisationen in der Umgebung. Da haben wir in der Stadt Aarau die Möglichkeit mit Aarau-Essigson-Stadt. Das ist so eine Präventionsorganisation und da arbeiten wir immer wieder zusammen, wenn es irgendwo darum geht, zu unterstützen. Die letzten Jahre haben wir oft mit einer Muskel-Fett-Messwaage gearbeitet, wo die Leute vor ihren Trainingsstunden und nach ihren Trainingsstunden dann die Messung machen konnten. Oder was wir auch anbieten, ist, wir helfen Firmen, ihre Mitarbeiter gesund zu halten, weil gerade die kleinere Unternehmen, mittlere Unternehmen oft nicht die Ressourcen haben, um Gesundheitsberater zu beschäftigen und vielleicht auch das Wissen nicht haben. Und da haben wir die Möglichkeit, dass wir von unserer Seite her beratend unterstützen. Ja, und es ist ja doch auch so, dass die Mitarbeiter, egal ob groß oder klein, sind halt das Rückgrat von jedem Unternehmen. Genau. Man muss natürlich schauen, dass es ihnen gut geht, dass sie sich wohlfühlen, dass sie gesund sind. Und man gewinnt nur, wenn man gesunde Mitarbeiter hat. Weil jeder Tag kostet viel Geld. Absolut, ja. Und das ist wirklich sehr, sehr spannend. Je länger wir uns unterhalten, desto mehr verstehe ich eigentlich, was ihr da eigentlich macht und was ihr eigentlich seid. Also wenn man das mal runterbrechen möchte, könnte man eigentlich sagen, ihr könntet so der erste Gesundheitsanlaufpunkt sein. Und ihr habt dann noch einmal natürlich eure Kompetenzen, die eh schon sehr, sehr weit gefächert sind. Aber wenn ihr quasi an eure Grenzen kommt, habt ihr noch ein großes Netzwerk an Therapeuten, an Ärzten, an Präventionsstellen, an all diesen Dingen, an die ihr quasi weitervermitteln könnt. Ganz genau. Das ist die Idee, dass wir wirklich auch mit einer tiefen Eintrittsschwelle ein Ort sind, wo die Leute sich erkundigen können, wo sie einfach hingehen können, ohne dass sie eben viel Geld oder viel Zeit benötigen. Und auch vielleicht verstanden werden in dem, was sie eigentlich an Bedürfnis haben und auch verstehen, was wir ihnen sagen oder wie sie mit ihrer Gesundheit umgehen können. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei euch dann auch recht familiär zugeht. Also nicht wie in der klassischen Astpraxis, wo man im Wartezimmer sitzt und man fühlt sich allein schon krank, weil man so lange da sitzt so ungefähr. Bei euch ist es wahrscheinlich recht familiär, ihr seid wahrscheinlich recht nah am Menschen, so wie ich dich jetzt einschätze, was du jetzt erzählt hast. Das ist uns ein großes Bedürfnis, dass wir Zeit haben für die Menschen und dass wir, ja, wir freuen uns jeden Tag, wenn wir arbeiten können. Es ist irgendwie gar nicht mehr Arbeit, sondern eben man trifft sich, man tauscht sich aus und hat jeden Tag immer wieder schöne Erlebnisse. Das ist schön zu hören. Ich sage immer, das ist genau dieser Unterschied zwischen Job und Beruf. Das eine macht man Geld zum Verdienen und das andere ist einfach eine gewisse Berufung. Und das merkt man bei dir auch, dass du da wirklich mit Leidenschaft dahinter stehst. Was genau, weil ich denke, in so einem Beruf, den du ausübst, gemeinsam mit deinem ganzen Team, ist es wahrscheinlich schon auch irgendwie wichtig, dass man einfach eine gewisse Resonanz von seinen Kunden und Patienten, wobei Kunden trifft, wahrscheinlich eher von seinen Kunden bekommt. Hast du vielleicht ein paar tolle Geschichten, was ihr für Erfolgsgeschichten mit euren Kunden schon erlebt habt, was ihr gemeinsam feiern dürftet? Also es ist schon so, dass wir wirklich fast jeden Tag positive Rückmeldungen haben. Also sei das eine Magendarmgrippe, die gut vorbeigegangen ist oder dass das Schwitzen einer Frau nicht mehr so stark ist oder dass man wieder schlafen kann. Ganz schöne Erlebnisse sind halt immer auch Kinder. Da haben wir bei einem jungen Knaben im letzten Sommer, man konnte zuschauen, er kam mit verschwollenen Augen von Gräsern rein und dann haben wir ihn behandelt. Und man hat wirklich zuschauen können, wie diese Schwellung im Gesicht wieder weggegangen ist. Oder eine Mutter mit einem Kind, das ganz stark Ohrenschmerzen hatte, hat mich nach zwei Stunden angerufen und gesagt, dass das Ohrenweh jetzt einfach weg ist. Und das sind schon schöne Momente, wenn man sonst weiß, wie die Kinder leiden und natürlich die Mütter dann auch. Ja, man weiß vor allem auch, warum man in der Früh aufsteht und warum man das macht, was man eigentlich macht. Ganz genau. Habt ihr als Gesundheitstankstelle von Quantisana auch schon Erfahrungen gemacht in Bezug aufs Wasser, auf den Airnergy, gewisse Begegnungen mit den Menschen? Was dürft ihr da schon mitnehmen und lernen und erfahren? Also bei der Wassertankstelle, da haben wir täglich schöne Erfahrungen, weil die Leute wirklich immer wieder kommen und sich Wasser holen. Und spannend ist auch, sie trinken auch oft gleich an der Wassertankstelle, also es wird wirklich der Durst gelöscht. Es sind halt auch sehr viele schöne Erfahrungen, weil diese Leute auch wirklich interessiert sind an Gesundheit, auch an unseren Produkten natürlich, an diesen verschiedenen Dienstleistungen. Es sind halt auch Erfahrungen, ja, sie erzählen es weiter, also es kommen Leute, die wir nicht kennen, weil diese Leute das weitererzählt haben. Und auch bei der Atemtankstelle, das ist sicher noch, da arbeiten wir daran, dass wir das auch noch mehr verbreiten, dass die Leute das besser wissen. Aber da haben wir halt auch immer wieder schöne Erlebnisse, dass die Leute wirklich erholt sind nach dieser Atemtankstelle, dass sie rosig aufstehen, wenn sie vorher eher bleich und müde ausgesehen haben. Und nach dieser halben Stunde kommen sie rosig und oft sehr munter raus und haben wieder Motivation und Energie, um etwas zu machen. Sehr schön. Das klingt doch wirklich ganz toll. Wie würdest du als Dame, die sich einfach schon seit mehreren Jahren mit dem Thema Gesundheit auseinandersetzt und natürlich auch Fuß gefasst hat in diesem Gesundheitssektor, wie würdest du dieses Thema Wasser jetzt mal ganz speziell nur in ganz kurzen Worten bewerten und beurteilen? Das ist für mich eine phänomenale Sache, weil ich denke, dieses Wasser, das nicht belastet ist, das hat wirklich die Möglichkeit, eben als Transport- und Lösungsmittel auch seine Funktion wahrzunehmen. Einerseits eben halt die Vitalstoffe aus dem Essen und aus Nahrungsergänzungen zu den Zellen zu bringen und dort etwas bewirken zu können. Und was in unserer heutigen Zeit noch fast wichtiger ist, ist auch die Schlackenstoffe halt wieder zu entfernen. Also ich versuche es meinen Leuten immer zu erklären, wie ein Lastwagen, wenn der halb voll schon kommt, dann bringe ich da nicht mehr viel drauf. Aber wenn ich mit einem leeren Lastwagen vorfahre, den kann ich wirklich beladen und kann auch etwas transportieren. Und das ist mit diesem schönen Wasser, haben wir diesen Effekt. Das ist ein sehr toller Vergleich. Dann, liebe Susanne, unsere Zeit ist leider schon vorbei. Vielen herzlichen Dank für deinen Besuch bei uns im Studio. Und an Sie, liebe Zuschauer, wenn Sie einfach mal Ihre Gesundheit checken möchten, wenn Sie mal Susanne persönlich treffen möchten oder Ihr Team kennenlernen möchten, wenn Sie kostenlos Wasser abholen möchten, Energy atmen oder eines der vielen anderen Angebote wahrnehmen möchten, die bei der Drogerie im Telly angeboten werden, dann scheuen Sie sich nicht vorbeizugehen. Susanne freut sich bestimmt über Ihren Besuch, genauso wie ich mich freue, wenn Sie nächstes Mal wieder Quantisana TV einschalten. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.